Ja hallo, wir sind die Band Organ Three Men und sind heute hier beim Jazz Jam im Röder Steyr und ich freue mich sehr, dass wir da heute aufgeigen. Da drinnen geht es ja schon wieder los und Philipp ist unser Chef, ich bin der an der Hämmer und deswegen Organ Three Men. Richtig, der andere ist unser Kassier, ich bin der Kassier, ich schaue immer, dass die Rechnung stimmt auf jeden Fall und Julia ist einfach good looking. Danke sehr. Danke. Sie gesungen habe ja auch, möchtest du es auch? Und sie singt auch, ja genau. Walter ist unser Moderator. Walter ist unser Moderator. Ich bin der Moderator und bin eigentlich der Hausmeister da und spüre ein bisschen Schlagzeug und ich möchte mich an der Stelle auch ganz herzlich beim Lukas Weltstedt bedanken, der hat nämlich die Organisation von dem Jazz Jam immer super im Griff und ist echt cool und wenn ihr Lust und Zeit habt, jeden ersten Donnerstag im Monat schaut vorbei beim Jazz Jam in Steyr. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik Musik